Was geht ab? Herzlich Willkommen hier bei Plaghaus auf dem Kanal. Mein Name ist René, ich bin 21 Jahre alt, war zwei Jahre lang bei der Bundeswehr, ich war Feldwebelanwärter, ist leider, sind quasi die Wege Bundeswehr und ich sind auseinandergegangen. Ich mache trotzdem diese Videos hier, um euch für euren Start oder einfach zur Unterhaltung, euch etwas zu unterhalten für die Bundeswehr, gebe euch Tipps, gebe euch Hinweise, erzähle euch Geschichten und das ist quasi hier meine Aufgabe. Heute möchte ich ein bisschen mit euch über zwei, drei Waffen reden, der Bundeswehr. Ja, die Bundeswehr hat ja wirklich etliche Waffen, etliche Waffen, die geheim sind, die quasi die Spezialkräfte verwenden, aber keiner so wirklich weiß, was für Waffen es wirklich gibt. Wir reden jetzt ungefähr über vier, fünf Waffen, mit denen ich selber schon geschossen habe, zu denen ich auch eine Meinung abgeben kann. Und zwar reden wir da von dem G3, von dem G36, dann haben wir einmal die P8. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz nach unten einmal weitergehen. Das ist dann einmal MG3 und dann müssten wir noch die MP7. Das sind die Waffen, mit denen ich persönlich schon geschossen habe und die Panzerfaust 3. Ich weiß gar nicht, ob die nicht mal M3 hieß, keine Ahnung. Mit der Panzerfaust lediglich aber leider nur im Simulator. Muss aber ehrlich dazu sagen, es war cool. Ja, weil quasi im Simulator ist die Waffe originalgetreu, bloß halt mit Kabeln angeschlossen. Sagen wir es einfach mal so. Es ist so, ganz kurze Sache zur G36. Möchte ich nicht viel darüber reden, weil eigentlich ist da schon viel zu viel darüber geredet worden in Medien und sowas. Es wird ja gesagt, dass sollte die G36 zu heiß werden, ihr Ziel nicht mehr trifft, was auch immer und ist es einfach nicht, sag ich mal, gut. Ja, die Waffe, viele Grundausbildende, gebe ich euch einen kleinen Tipp schon mal vorweg. Wenn ihr in der Grundausbildung seid und ihr schießt mit dem G36 und das G36 trifft nicht so, wie ihr zielt, dann sage ich euch, es liegt nicht an euch. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Solltet ihr ins Ausland gehen, solltet ihr eine feste Waffe in eurer Stammeinheit bekommen auf irgendeinem Lehrgang, Lehrgang muss nicht immer sein, ist aber meistens so, oder sei es jetzt auf speziell infanteristischen Lehrgängen, ist es so, dass die Waffe auf euch quasi eingestimmt wird. Du kannst daran sehr viel verändern, ja. Du kannst das Zielvisier, kannst du quasi direkt auf dein Auge einstellen. Die Waffe ist quasi universal momentan einsetzbar. Bei einer Grundausbildung ist es so, du kriegst das G36 in die Hand, du lernst zwei, drei Wochen zerlegen, zusammensetzen, ja. Dann gehst du damit ein paar Mal schießen und fertig ist die Laube. Entweder triffst du das ganze Ding und hast ein gutes Abzeichen beim Schießen oder halt nicht. So, die G36 ist meiner Meinung nach überhaupt nicht schlecht, gar nicht. Die trifft ihr Ziel, wenn sie vernünftig eingestellt ist, dann trifft die auch auf was auch immer, wie viel Metern ihr Ziel, haargenau, ja. Man muss natürlich nur alles ein bisschen berechnen, ja. Was heißt berechnen? Man lernt es einfach, dass du quasi auf so und so vier Meter ein Stück höher zielen musst, ja. Oder auf so und so vier Meter ein Stück nach unten zielen musst, ja. Weil die Kugel hat quasi einen Drall und die geht je nach Metern quasi, die fliegt dann nach unten und kommt dann wieder hoch. Oder sie kommt halt von oben und fliegt halt runter, ja. Das lernt man aber alles und das kann man berechnen. Also man kann nicht sagen, dass die G36 scheiße ist. Zum G3 selber, meiner Meinung nach ist das G3 schwerer. Habe ich das Gefühl, als die G36, es fühlt sich irgendwie echter an wie ein Gewehr, weil die G36 fühlt sich für mich irgendwie wie eine Software an. Sorry, es ist quasi ein Gerät, womit du jemanden töten kannst, aber für mich hat es sich einfach nie so angefühlt, ja. Die G3 ist geil, macht Bock damit zu schießen auf jeden Fall. Habe ich auch im Simulator geschossen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht und ich finde die auch vom Aufbau her einfach und ich habe keine Ahnung, warum es ersetzt worden ist. Ich weiß es einfach nicht, ja. Wir reden dann jetzt mal vom MG3. MG3 auch zerlegen, zusammensetzen gemacht, geputzt, alles mögliche. Und geschossen, ist ein geiles Ding. Einzige Manko, was man sagen muss, ich weiß es nicht mehr, 100% ist ungefähr zwei Jahre, erinnere mich jetzt schon wieder fast her. Das Ding ist quasi, ja, nach 200, 300 Schuss musst du quasi vorne das Rohr wechseln, weil das Ding überhitzt und das ist halt der einzige Manko, den ich mal sage. Kommen wir zur P8. P8, meine absolute Lieblingswaffe bei der Bundeswehr gewesen. Ich war quasi der Schnellste im Zerlegen zusammensetzen. Ich war der Treffsicherste bei uns im Lehrgang. Ich war sogar der Meinung, dass die P8 besser ist als die G36. Also ich wäre mir sicherer vorgekommen mit einer P8 unterwegs zu sein als mit einer G36, ja. Es gibt so viele, die sagen, die P8 ist so schwer zu schießen und ich kann mit dem Ding lieber werfen und treffe etwas, anstatt damit zu schießen. Ich fand es genau andersrum, ja. G36 habe ich oft nicht das Ziel richtig getroffen, sage ich mal, mit der P8 easy, ja. Also wirklich easy. Was man dazu sagen muss, es ist sehr schwer, gerade für eine Frau oder auch für, sage ich mal, Männer, die halt quasi keine Muskeln haben. Nicht böse gemein, ist es sehr schwer, quasi beim ersten Schuss den Abzugshebel quasi durchzuziehen, weil der hat ein sehr, sehr hohes Spannungsgewicht. Also du musst quasi den Punkt überwinden und das ist auf jeden Fall schon anstrengend, aber das kann man üben. Und ja, quasi sobald ihr das erste Mal abgedrückt habt, seid ihr ja quasi schon im gespannten Hahn, ja. Und dann könnt ihr quasi, dann ist es easy. Ja, also die P8, meiner Meinung nach, eine der geilsten Waffen überhaupt. So, MP7. MP7 ist auch geil, weil du halt überkrass viele unterschiedliche Möglichkeiten hast, die quasi zu erweitern, ja. Da gibt es hier einen Aufsatz, da einen Aufsatz, da die Möglichkeit, hier noch einen Griff dran, da oben noch einen Griff dran, ja. Ja, wir haben das Ding auch zerlegt, zusammengesetzt, ja. Das war aber nur, ich glaube, zwei Tage oder so haben wir das kurz mal angeschnitten, das Thema. Haben uns die so ein bisschen angeguckt, haben die gesäubert und alles mögliche, haben dann auch da mit dem Simulator geschossen. Ist auf jeden Fall cool gewesen, aber die MP7 hat quasi im Simulator, so wie es mir auch gesagt wurde, im echten Leben, null Rückstoß. Also du kannst wirklich mit der das komplette Magazin draufhalten und der Streukreis von den Patronen wird nicht viel auseinander sein. Das ist so quasi das, was ich selber gemerkt habe und was auch viele sagen. So, die Panzerfaust 3, wie schon gesagt, heftiges Ding, auch im Simulator, mega schwer. Damit muss man quasi, im Simulator haben wir dann in einer Gefechtsübung quasi Panzer zerstört und heftig, ja. Also wirklich heftig und im Simulator ist es auch nicht, wenn du quasi drauf schießt, du triffst, ja. Du musst wirklich richtig, richtig, richtig zielen. War auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Ja, jetzt nochmal ein kurzer Fakt nebenbei. Das Taschenmesser zählt ja quasi auch als Waffe der Bundeswehr. Das Taschenmesser der Bundeswehr, das sage ich euch, ist geil. Ist für viele Zwecke mega gut. Und ja, da gibt es halt noch, ich glaube das KM2000 ist das. Das ist quasi das Messer, was Fallschirmjäger bekommen. Ja, das ist quasi so das, was ich euch zu den Waffen erzählen möchte. Es gibt natürlich noch unzählige andere Waffen. Ja, aber das sind so die Hauptwaffen, die ihr in der Grundausbildung oder sei es jetzt im Feldwebel oder Unteroffizierlehrgang kennenlernen werdet. Und damit ihr da schon mal ein bisschen drauf vorbereitet seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben geben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.